Ach, was kommt denn jetzt schon wieder für ein Mist? Ja, 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 ja klar, ja klar, ja klar, ja klar. Da muss jeder Sprung sitzen. Das ist echt so. Ja, klar. Jetzt geht's mir nicht zu schnell, ich merke's schon. Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden wir noch den Game Over Screen sehen. Vor allen Dingen, weil es ja noch eine vierte Welt gibt. Warte mal, es gab ja sogar... Das ist das Boss-Level, oder? Moment, oder gab es noch mehr Level? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin doch zurückgegangen. Zum Glück kann man hier rennen. Ich hätte jetzt nichts gegen den Pilz einzuwenden oder gegen ein weiteres One-Up. Weil jetzt lasse ich das schon federn. Na, nix. Das ist echt nett von euch. Echt richtig nett. Boah, Alter, ey. Äh, ja, na klar, ne? Das war jetzt eher eine Fail-Röhre, wenn ich ehrlich bin. Gibt's hier denn gar keinen Power-Up? Na, na toll. Oh, und ich hab's noch irgendwie überlebt. Ja, und wie soll ich da bitte hoch... Ach so. Okay, hab verstanden, wie ich da hochkommen soll. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Boah. Boah. Alter. Es soll ja noch so ein Spiel geben von Mario, was richtig schwer ist. Nämlich, äh... The Lost Levels. Das hab ich auch noch nie gespielt, aber... Wenn das so, äh... Wenn das hier schon abgeht, dann... Ja, da weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Wir werden definitiv noch den Game-Over-Screen sehen. Also, das ist das Game-Over-Bildschirm. Da bin ich sicher. Das werd ich doch nicht... Das werd ich doch noch Jahre brauchen, bis ich da hochkomme. Und nein, Safe-States werd ich auch keine benutzen. Da hab ich... Keine Lust. Yes. Oh. Alter. Krasser Shit, äh. Ja, ne? Du bist... Du bist auch cool, ne? Ja, du bist auch cool. Das weiß ich doch. Ja, einfach... Ab. Alter. Kein Power-Up mehr hier. Nichts. Ja, ne? Klar. Oh. Gib das... Gib das Power-Up her. Gib das Power-Up her. Gib den Pilz her. Oh. Oh. Danke. So, nach dem Stein ausweichen. So. Ich glaub, wir müssen gleich beim Boss sein. Ja, na klar. Schon wieder der nächste. Idiot. Immerhin den Mut ausgewichen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ein richtiger, wahnsinniger Idiot. Egal. Fuck off. Fuck off. Einfach jetzt dann doch noch zum Ziel. Fuck off. Da können wir das noch machen. Den kann man, glaub ich, auch nur mit Feuer besiegen. Ist mir jetzt egal. Einfach nur zum Ziel. Boah. Alter Schwede. Alter Schwede. Ha. Ha. Ja. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Kennen wir ja schon. Das ist so eine Spinne. Krass. Pfff. Mir liegen die Nerven jetzt schon blank, ey. Egal. Jetzt haben wir wieder die Chance. Ich hol mir jetzt One-Ups. Ist mir jetzt egal. Oh. Und dann ist die, die, die blöde Leiter natürlich falsch. Ist klar. Oh nein. Oh. Diese Musik, äh, macht bei mir auch die schöne Erinnerung von Fails. Aber dafür ist das ein sehr deutlich wiedererkennbares Team. Ja, diese, diese Gegner hier, die sind einfach nur gestört. Das kann ich euch sagen. Es bringt nichts, sie zu zerstören. Sie sind unzerstörbar, die Dinger. Seht ihr? Wir stehen sofort wieder auf, was immer das darstellen soll. Ich hab das früher, also diese früher als Hexen bezeichnet. Aber jetzt würde ich eher sagen, das sind irgendwelche Gnome oder so. Keine Ahnung. Das sind natürlich Piranhas, auch wenn sie hier ein bisschen anders heißen, glaube ich. Oh, hau mir ab. Oh, neues One-Up. Gut. Gut, ich glaub, die können nur sterben, wenn die in den Erbgrund fallen. Aber das ist doch der einzige Weg. Alter, was geht denn hier an? Alter, was geht denn hier ab? Ja, dann ist da keine Blume, na klar. Na klar. Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Oh, haut doch ab, ihr blöden Drecksviecher. Ja, klar. Da dachte ich, ich könnte mal kurz verschnaufen. Danke, ich hasse dich auch. Ne, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Alter. Was ist hier noch nicht mein Power-Up ist? Warum seid ihr denn so grausam? Ihr habt doch alle kein Herz. Ja, einen Treffer und ich bin tot. Oder Mario ist tot, besser gesagt. Was ist denn hier? Gar nichts. Das ist doch auch Verarsche. Ja, na klar. Na klar, was soll denn das? Was soll denn das? Wann kommt denn der Gumba wieder? Oh, das ist ja komisch. Eileen-Gumba, ja, der kommt gar nicht wieder, okay. Hab ich auch verstanden. Wie bereits gesagt, oh, der Pilz ist gut. Und, also, wo hier die Ideen lagen, hab ich echt keine Ahnung. Und wieder so eine Platte, gerade aus dem ersten Boss-Level, im Keil. Und das Fiese ist ja, ich darf mich nur noch treffen lassen. Und das, was hier ist, ist echt nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Das ist absolut nicht normal. Nicht normal. Nicht normal. Fall in den Abgrund. Ich sag, du sollst in den Abgrund fallen. Oh, dann kill ich dich eben. Ja, na klar, direkt der Nächste. Geht's euch noch gut? Oh, ne Blume. Oh, die kann ich gut gebrauchen. Na gut, das wäre auch komisch, wenn ich sie nicht gebrauchen könnte. Ja, auch wenn mir das jetzt egal ist. Ich nehme jetzt mal die Coins. Oh, Alter. Schwede. Oh, eine Röhre, okay. Ja, sammeln wir mal die Coins ein. Puh, mal ein bisschen verschnaufen hier. Alter, das geht mal richtig ab. So. Oh, und die Zeit ist auch nicht mehr so weit fortgeschritten. Deshalb muss ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Puh. Ja, klar. Mehr geht nicht, oder was? Und, äh, kommt hier auch mal irgendwann mal das Ziel, wenn ich mal so fragen darf? Ah, jetzt. Nach drei Jahren kommt auch mal das Ziel. Oh, und hier kriege ich mal den, den Bonus. Nach drei Jahren, nach gefühlten, nach einer gefühlten Ewigkeit kommt das Ziel. Na, zwei One-Ups, okay, kann ich auch mitleben. Also, ich bin echt froh, wenn wir hier nicht den Game-Over-Bildschirm sehen. Und ich muss euch nicht sagen, wenn wir da in das Wasser fallen, sind wir direkt tot. Alter, was geht denn hier ab? Ach, was soll das denn schon wieder? Ja, jetzt geht's mal richtig ab. Ich hoffe, die verfolgt mich jetzt nicht, die Blume. Ne, tut sie nicht, okay. Oh, gib den Pilz her, gib den Pilz her. Ja, noch ein One-Up. Einen One-Up, einen extra Versuch haben wir noch. Danach ist Ende im Gelände. Und da kommen jetzt schon wieder diese Blumen. Ich mach das jetzt mal ein bisschen schneller. Weil das langweilt nur... So, jetzt bitte nicht wieder ins Wasser fallen. So. So, warten wir, bis diese Kanone abgefeuert wurde. So, jetzt. Oh, ne. Alter, was soll denn das? Was soll denn? Oh, ich kann die killen. Okay, ich wusste jetzt nicht, ob ich die killen kann oder nicht. Ja, na klar. Warte, dann erst mal hier so eine Art Sniper auf uns, der Zoll. Jetzt komm ich nicht mehr raus. Jetzt muss ich den schwierigen Weg nehmen, der Zoll. Vielen Dank. Danke für gar nichts. Alter Schwede. Ist denn hier gar kein Power-Up? Nein, auf keinen Fall. Warum sollte denn hier auch irgendwo ein Power-Up sein? Das wär... Das wär doch viel zu einfach. Das wär doch viel zu einfach. Das wär doch viel zu einfach. Oh, aber da ist mein Power-Up. Dankeschön. Oh, jetzt geht's richtig ab. Jetzt gehen sie richtig ab. Jetzt gehen sie richtig ab. Alter. Alter Schwede, ey. Aber gut, einfach warten. Einfach warten. Wir haben ja hier einen Intervall. Ein Stern, ja. Danke. Und nur nicht in den Abgrund fallen. Das wär nicht gut. Das wär nicht gut. Ja, was brülle ich damit? Nicht von dem Stern irritieren lassen. Wir müssen hier nicht... Äh, wie von der Tarantel gestochen hier durchrennen. Durchrennen. Alter. Aber irgendwie hab ich trotzdem das Gefühl, an manchen Stellen, äh... Habe ich dann doch den Skill und den Lack auf meiner Seite. Und das ist auch mal wieder ganz schön gestört. Und ein weiteres One-Up. Ich bin... Ich kann mich mit jedem One-Up freuen, Alter. Das ist mal gar... So gar nicht gelitten. Egal, einfach weitergehen. Alter. Hat das Level auch mal wieder ein Ende? Puh. Ich frag ja nun mal so. Also... Puh. Jetzt haben... Jetzt geht's aber mächtig. Ja, wir machen schon mal ein Ziel. Hm. Das ist doch eigentlich nicht schwer. Ich verzweifel, ich bin auch so richtig, äh. Und das um die Uhrzeit. Puh. Komm, Mario, das schaffst du, das schaffst du. Oh, Mann. Was soll ich jetzt eigentlich noch gut gebrauchen können? Naja, gut. Noch kein Game Over. Wer weiß, vielleicht kann ich das ja noch irgendwie aufrechterhalten. Das ist so der Wahnsinn, ne? Oh, ne, wir sind beim Final Level. Okay. Okay, wir sind beim Final... Level. Dankeschön. Das ist das Final Level und das ist richtig gestört. Aus meiner Erinnerung weiß ich, dass das richtig gestört ist. Das kann ich euch nur so sagen. Finde ich auch nett. Jetzt gehen diese Vögel hier alle nur wieder den richtigen Weg. Also jetzt bleiben die gerade. Das finde ich echt nett. Vorhin sind die so komisch geflogen wie die Irren. Aber jetzt fliegen die richtig gerade. Finde ich echt nett. Und was das hier wieder für komische Raumschiffe sind, weiß ich nicht. Ja, wenn man da auch genug drauf hämmert, dann gehen diese Dinge auch ab. Diese komischen Leuchtsterne. Durchatmen. Warum ist denn hier kein Power-Up, Mensch? Oh, ein Stern. Ein Stern. Oh, toll. Ach, warum ist denn hier kein Power-Up? Ja, von allen Seiten natürlich. Ja, wir werden noch Game Over gehen. Das weiß ich doch jetzt schon. Das sehe ich doch. Gib den Stern her. Gib den Stern her. Zum nur noch irgendwie gucken, dass wir hier einen Power-Up finden. Das kann doch nicht wahr sein hier. Warum ist denn hier kein Power-Up, Mensch? Ja, ja, ja. Gib das Ding her. Also, ey. Ich hatte das Gefühl, ich gehe so richtig ab. Ich glaube, so abgegehen werde ich noch nie im... Hätte ich schon seit langem nicht mehr. Ja, Coins. Schön, nochmal einen One-Up erbeuten. Na, toll. Und da ist es passiert. Da-du. Oh, wir haben zwei Continue-Versuche. Das ist immerhin nett. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt hier anstrengen. Also, nochmal möchte ich das nicht. Einmal reicht. Danke. Wie hat der mich eigentlich getroffen, wenn ich so fragen darf? Egal. Hier ist ein Power-Up drin. Das weiß ich jetzt. Das habe ich mir gemerkt. So, das jetzt nicht verlieren. Das ist so geil. Die streifen die schon richtig. Aber, pff, nö. Das ist egal. Toll. Müssen ja nicht treffen, ne? Meine, meine, diese komischen Wurfgeschosse, die ich hier abfeuere. Pff, müssen ja nicht treffen. Wie haargenau hier das alles noch sein musste. Das ist früher, das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar. Und es wäre echt wichtig, wenn ich jetzt hier zum Stern komme. Oder das Warne-Up hier einsammeln. Toll. Toll, schlechte hätte ich es nicht machen können. Ja. Wir werden auch gleich wieder Game Over gehen. Ich sehe es doch schon kommen. Ja, pff, geil. Richtig geil. Müssen wir jetzt abgehen. Ja, klar. Ja, klar. Das Ding ist schneller als ich. Ja, ist klar. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich werde noch so abgehen. Ich werde noch so abgehen. Ich werde noch so abgehen. Gib das Ding her. Gib das Ding her. Warum denn? Warum? Ja, das kriege ich doch nie im Leben mehr. Alter, das ist doch einfach gestört. Das ist doch einfach gestört. Aber das Ding möchte ich bitte haben. Danke. So, irgendwo hier oben war doch ein Pilz. Wenn ich mich richtig entsinne. Irgendwo. Ja. So. Konzentration. Wir haben noch zwei One-Ups. Ja, klar. Gelitten bis zum geht nicht mehr. Egal. Jetzt hier bitte einen One-Up. Bitte einsacken. Das möchte ich jetzt mindestens haben. Ja, wird aber nichts mehr. Alter, ey. Ach du meine Fresse. Jetzt müssen wir uns hier auch noch beeilen. Haben ja halt solche Side-Scrolling-Level so an sich. Na gut, ist aber nicht schwer. Oh Gott. Und ich glaube gleich sind wir schon beim Boss. Beim Final Boss. Ah ja. Danke, soll mich das schon einstimmen? Ne? Ne? Jetzt. Ach, gib das Ding her. Gib das Ding her. Ihr habt sie doch nicht mehr. Ja, klar. Oh Gott, da ist er schon. Ach, die Wolke war das. Äh. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind doch noch nicht beim Endboss. Ich habe mich getäuscht. So, alter Schwede. Alter Schwede. So. Zwei Treffer darf ich landen. Äh, darf ich mehr. Ja, klar. Geht down, geht down, geht down. Ich mochte noch nie diese, ich war noch nie so gut in dieser Art Genre von Spielen. Nicht Jump'n'Run, sondern Rage Scoot. Yes. Oh nein, jetzt geht es erst richtig los. Das ist der Bösewicht. Und der geht mal richtig, der ist mal richtig gelitten. Das ist, das muss ich euch sagen. Das ist mal richtig gestört. Also, wer auf die Idee gekommen ist, also. Das ist mal so wahnsinnig. Und ich möchte ihn einfach nur killen. Aber ich treffe ihn nicht. Vor allen Dingen ist das unfair, dass er da oben bleibt. Ja, ich dachte, ich mache das. Das sind meine Kugeln. Aber ich glaube, ich habe... Nein! Das ist doch einfach gelitten. Das ist doch einfach nicht mehr normal. Das ist doch einfach nicht mehr normal. So, ich darf bei dieser Wolke, die jetzt kommt, nur nicht, äh, kein Power-Up verlieren. Das ist wichtig. Aber auch leichter gesagt als getan. Ich kann auch nicht hier hinten stehen bleiben. Ja, erzähl mir doch kein... Pfff, es ist doch dumm. Es ist doch einfach gestört. Es ist doch einfach gestört. Es ist einfach gestört. Das werde ich doch nicht schaffen. Ich werde auch wieder dem Ober... Ja, das kann ich doch eigentlich vergessen. Das ist... Das kann ich vergessen, aber... Ne, ist nicht wahr. So, es ist einfach nicht wahr hier. Also, jetzt, äh, jetzt ist der Bogen überspannt. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen, auch wie ich das überlebe. Ach, egal. Alter, was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Ich kann es nicht fassen. Und das ist mir so klar, dass ich hier fehle. Ne, also so viel Nerven... Hätte ich nicht gedacht, dass ich die noch mache. Also, ich dachte schon, das finale Level von Super Mario Land 2 wäre an... An Brutalität nicht mehr zu toppen. Aber das... Das übersteigt ja nochmal alles hier. Das übersteigt einfach alles. Das übersteigt einfach alles. Gib den Stern her. Danke. Nur einen One-Up holen. Nur einen One-Up holen. Genau, viele Gegner. Ne, das bringt ja auch nichts. Das noch... Das kriegt man ja noch nicht viele One-Ups. Aber dafür komme ich hier schon durch. Ja, klar. Wie soll ich denn das ausweichen? Das ist doch einfach dumm. Das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Und ich bin einfach nur froh, wenn ich hier durchkomme. Wenn ich einfach durchkomme. Ich kann nicht mehr, ey. Dieser Endpost ist gestört. Das muss man immer so sagen. Ich bin froh, dass es hier immerhin noch einen Pilz gibt. Aber wie soll ich das denn überstehen? Das ist ja noch okay. Da kommt man ja noch durch. Aber jetzt diese Wolke allein schon. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ja. Wo soll ich denn hin? Von überall kommen Gegner. Das ist nicht normal. Das ist definitiv nicht normal. Ja. Na klar. Na klar. Das ist Betrug. Wow. Wow. So. Letzte Chance hier. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann keine Ahnung was. Alter, ey. Ja, ey. Was soll ich denn machen, ey? Komm mit allem, was dazu gehört, auf mich zu. Ja, klar. Natürlich hat mich das getroffen. Ja. Und jetzt geht wieder das Leiden los. Das ist nicht anders zu verstehen hier. Das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Das ist... Nee. Also, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das müsst ihr mir verraten. Alter. Ich schieße nur wie ein Irrer und versuche einfach nur diesen... Warte. Alter. Das war so knapp, ey. Ich hatte schon gesehen, wie mich eins getroffen hat. Alter. Ich kann nicht mehr. Oh, Daisy. Daisy. Thank you, Mario. Your quest... ...is over. Und ich kann nicht mehr. Pfff. Alter. Alter. Puh. Alter. Nee. Also, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht glauben, was da abgegangen ist. Ey. Ich hab das geschafft, ihr zu besiegen. Ihr hättet nicht mehr daran geglaubt. Also. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also, kranker Scheiß. Kann ich nur empfehlen, euch zu spielen. Wer einen Kulturschock braucht, im Vergleich zu anderen Spielen, der sollte zu diesem Spiel greifen. Es ist kurz, weil ich hab's ja gesehen, ich hab's, glaube ich, in einem Park, glaube ich, geschafft. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat. Ich hab jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke mal, das sollte nicht länger als zwei Parts gewesen geworden sein. Alter, es ist einfach nur der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Ja, ich kann euch nur empfehlen. Zieht es euch rein. Geht genauso ab wie ich. Kann ich nicht anders sagen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich empfehle euch reinzuschauen. Bis zum nächsten Part, äh, bis zum nächsten Projekten. Bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Partul . Untertitelung des ZDF, 2020